Heute ist Aschermittwoch, 14. Februar 2018 und wir sind in Duisburg. Duisburg, da ist auch immer eine ganze Menge los. Duisburg-Walsum. Und vor der Kamera ist die Silke und der Kalle. Also ich habe wieder mal überhaupt keine Ahnung, was los ist. Um wie viele Kinder handelt es sich denn? Mein Sohn Mirko. Ich habe keinen Sohn. Der Mirko. Okay. Wie alt ist der heute? Der wird jetzt genau am 18. Februar. Der hat jetzt Geburtstag am 18. Februar und wird elf Jahre. Elf Jahre. Und wie lange ist der schon weg von zu Hause? Drei Jahre. Das war Ende Januar. Ich glaube Ende Januar war das, da hat das Jugendamt uns beide so überredet und alles. Die haben gesagt... Wer ist mit uns beide gemeint? Er, also der Kalle und ich. Wir waren ja beide beim Jugendamt, hatten ja das Gespräch. Der Mirko hatte ja irgendwie erzählt, dass der Kalle ihn auf den Popo gehauen hatte. Bitte. Also wenn ein Kind überhaupt davon berichtet, dass es einen Klaps auf den Hintern gekriegt hat, dann kann man davon ausgehen, dass das ein isoliertes, außergewöhnliches Ereignis war. Kinder, die regelmäßig geprügelt werden, reden nicht mehr drüber. Ja, denen merkt man das zwar auch irgendwie an, aber die sprechen nicht drüber. Es spricht also einiges dafür, dass das sozusagen ein Ausrutscher war, dass das einmal passiert ist. Und deswegen war er da so aufgeregt und nervös, dass er das überall erzählt hat. Ja, es muss also schon irgendwie was Außergewöhnliches gewesen sein. So, es handelte sich also um einen Klaps auf den Hintern. Was hatte der Junge denn gemacht? Warum gab es den Klaps überhaupt? Das weiß ich nicht. War das irgendwas Besonderes oder? Der hat dich doch geärgert und geschüttelt. Und immer so auch so gehauen. Ach so. Und da habe ich gesagt, Mirko, hör bitte auf. Ach so. Ja, ich weiß das jetzt gar nicht mehr. So, und dann habe ich dir einen Klaps auf den Hintern gelegt. Ja. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehst du erstmal ins Schlafzimmer. Die Tür war offen. Und die haben behauptet, du hättest den eingeschlossen. Ich habe den eingeschlossen. Die Tür war, ich habe die immer offen. Okay. Und ich bin so ein Mensch, nach zwei Minuten war ich wieder bei dem Jungen, habe gesagt, So, Mirko, komm raus. Alles, alles, alles wieder gut. Und da in der Klippe ist er eingeschlossen worden. Das hat er mir selber erzählt. Ja, also wenn das so ein Ausrutscher ist, dass der Junge vielleicht mal durchgedreht ist und dann hat er mal einen Klaps auf den Hintern gekriegt, um wieder mit den Füßen auf die Erde zu kommen. So was kann passieren. Ja, regelmäßige Gewalt oder Prügel. Das darf nicht sein. Auf keinen Fall. Ja. Das ist klar. Aber, ähm. Das würden wir doch nicht machen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist, äh. Ihr seid auch nicht so die Typen dafür. Nee, nee. Also wirklich nicht. Gut. Das ist die Frage, was die Behörde jetzt daraus macht. Aus dieser willkommener Gelegenheit. Das Jugendamt will Kinder haben. Es gibt sehr viele Heime und Pflegefamilien in Deutschland, die wollen was zu tun haben. Die wollen Geld verdienen, dafür brauchen die Kinder. Da reicht der kleinste Anlass. Manchmal ist es auch so, dass der Anlass erfunden wird, dass überhaupt nichts ist. Sie holen also Kinder aus guten Familien, weil die Geld bringen. Ja, es wird gesagt, meine Wohnung wäre vermüllt. Und, ähm, dann mit dem Kalle, mit dem, ähm, Klaps, dann würde gesagt, der Mirko wette so viele Auffälligkeiten, der braucht, ähm, Unterstützung, ob ich das alles so leisten könnte. Man muss nicht sagen, dass dein Lebensgefährter nicht in der gleichen Wohnung wohnt, ja. Das heißt, äh, das heißt, es gab überhaupt keinen Grund, äh, hier irgendwie einzugreifen oder so. Und ich denke... Nein, es gab keinen Grund. Es war nur eine willkommene Gelegenheit, ja. Ja, ja, ja. Und als Mutter kommt man mit einem Kind eigentlich, äh, ziemlich gut klar, wenn man irgendwie alleinerziehend wäre, so ist, ja, also... Da sprichst du aus Erfahrung, Bär. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Ach so, selber Mutter. Ja, ja. Und alleinerziehend gewesen. Und das Problem, jetzt wollte ich noch was sagen, was wichtig ist auch, ähm, ich wusste erst überhaupt nicht, dass der Mirko da hinten ist. Ich habe gesagt, ich komme mit dieser Frau... Frau M., Frau M., ja, Frau M., Entschuldigung, ähm, überhaupt nicht klar. Also, es gab dieses Ereignis, der Junge hat einen Klapsig-Recht. Dann hat er das wem erzählt? Der war da in der AWO gewesen. In der AWO, was, äh, was ist denn das? Ist das Nachmittagsbetreuung? Ja, wie auch. Schulische Nachmittagsbetreuung, Hausarbeit. So eine Art Kinderhort. Ja, und das macht die AWO. Genau. Gut. Dass wir das mal geklärt haben. Und wie alt ist er in dem Moment gewesen? Da war der sieben Jahre alt. Sieben Jahre. Jetzt haben wir alle, äh, vereint auf dem Sofa. Der Kalle, die Silke und das Beata. Der Junge war damals, also sechs, sieben Jahre ungefähr, ne? Ja, das ist ja. So, und, ähm, bei der AWO hatte er Nachmittagsbetreuung, äh, Schulaufgaben und so weiter. So eine Art Hort. Ja. So, da hat er also erzählt, der Freund von meiner Mutter, der hat mir einen Klaps gegeben. Mhm. Die wurden gefragt, die Kinder. Die Kinder, die wurden ausgefragt. Warum wurden die denn ausgefragt? Das weiß ich auch nicht. Ich, ich weiß das nicht. Ich war nicht dabei. Da hatten die Kinder wohl so viel Angst gekriegt, da hat der Mikro wohl aus Angst auch gesagt, ja, der Kalle hat mir schon mal einen, äh, Klaps gehört, also den, den berühmten Klaps, ne? Mhm. Vor wem hatte er Angst? Vor dieser Behörde, die ihn ausgefragt hat? Ja, ich meine, also vor die, äh, Frau da, also, wie heißt das nochmal? Die Betreuerin. Ja, genau, die Erzieherin. Mhm. 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 Das heißt, die hat also regelmäßig mal die Kinder ausgefragt, äh, habt ihr Probleme mit zu Hause oder was ist los? Ja, da hat die Mikro auch gesagt, äh, mit dem Einsperren. Ach so. Ja. Woher weißt du das? Weil er mir das erzählt hat. Oh, okay. So, das heißt, er hat das da erzählt, er kam aber danach erstmal wieder nach Hause, richtig? Ja, der war ja nicht jetzt da, der ist ja ab sowieso nach Hause gekommen. Also, der hat da jetzt nicht... Ja, der war nur Nachmittagsbetreuung und dann kam der immer nach Hause. Ja, und dann kam der nach Hause. Ja, und was hat er dann an dem Tag erzählt? So, an dem Tag hat er das erzählt mit dem Klaps, ne? Mhm. So, und da ist die AWO, äh, zum Jugendamt, ja? Ja, da ist die AWO, hat das Jugendamt angerufen und das Jugendamt hat mich angerufen. Dann mussten wir da hinkommen, da musste ich irgendwie noch unterschreiben, dass der Kalle ihn nicht mehr alleine sehen darf, nur noch in Begleitung. Ja. Und, ähm... Da machen sie dann immer richtig viel Wind, damit das Ganze so dramatisch aussieht, der darf nicht mehr alleine Kontakt mit dem Kind haben und so. Ja, versteht, ich würde ja noch sehen. Ja. Eine Frage, wurde eine ärztliche Untersuchung nach diesem Klaps gemacht? Nein. Hat das Jugendamt nicht gesagt, oder die Schule, das Kind sollte vielleicht untersucht werden? Nein. Das heißt, die wussten... Dass man da nichts findet. Ja. So genau wollten sie es gar nicht wissen, ne? Das genüchte, dass der Junge das gesagt hat. Wie lange ging der Junge schon zu dieser Schule oder zu dieser... Das war wahrscheinlich Schule, sind die Nachmittag gekommen? Ich glaube, ähm, anderthalb Jahre. Das heißt, er war bekannt, den Erziehern, ja, die kannten uns schon lange und die Familie, sozusagen, ja. Das heißt, die haben tatsächlich nichts erwartet, weil von der, dass das bei der Untersuchung was rauskommt. Der Vater, der Vater von der A, wo die Kinder abends nach Hause gebracht hat, der Herr A, sag ich mal, der hat sogar bei mir gestellt, sagt, Kalle, komm, Bruder, der Junge ist da. Und so war das auch jeden Abend fast, ne? Einmal hat der bei, äh, einmal war der bei mir, da kamst du von der Haare und so, hast den abgeholt und so, ne? Das heißt, die waren alle untereinander sehr gut bekannt? Ja, sicher. Der Vater war uns auch. Ja, sicher. Okay. Gut, also das Jugendamt hat in dem Moment angeordnet, dass der Kalle keinen, äh, unbeobachteten Kontakt mehr mit dem Kind haben darf. Schluss. Sofort. Ja, die haben ja dann auch... Wie wollten, wie haben die das denn überhaupt überwacht? Damals hast du doch hier gelebt, oder? Gar nicht, ich habe mich überwacht. Nein, ich hatte irgendwie, glaube ich, mal so gesagt, ich bin mal eben kurz zur Trinkhalle gegangen, hab den Mirko mal eben kurz beim Kalle gelassen, ein paar Minuten war ich wieder da und dann haben die natürlich sofort, ja, der war wieder allein beim Kalle. Woher wussten die das? Ja, ich hab das irgendwie mal kurz so, hab mir dabei nichts gedacht und hab das der AWO wohl erzählt und, ähm, ja. Und dann haben sie sofort, boah, das, ja. Also Leute, ähm, aufpassen, was ihr erzählt, ja. Also aufpassen. Beim Jugendamt, bei AWO erzählt man gar nichts. Darf ich was sagen? Darf ich was sagen? Ja. Aber nur, äh, wenn die da mithören. Ja, klar. Ja, ja. Okay? Das machen die so. Da hab ich noch, da hab ich noch so gedacht, dann ist er wie in der Ex-DDR, in der, äh, wie im Ostblock. Ist so. Das ist so, wenn, wenn nichts schlimmer ist. Ich hatte, ähm, ich hatte den vorher, durfte ich den rausholen, das war von, ähm, von 10 bis 17 Uhr, durfte ich den dann haben, durfte aber nicht mit ihm nach Hause gehen, weil er der Kalle machen konnte. Was passierte als nächstes? In dem Augenblick war er ja noch hier, richtig? Ja. Wie lange ist er denn überhaupt danach noch hier gewesen? Um. Ungefähr. Ein paar Tage oder ein paar Wochen? Wochen, glaub ich schon, doch Wochen, ja. Zwei, drei Wochen sowas? Ja, ich weiß nicht richtig genau, weiß ich das jetzt nicht. Ist egal, auf jeden Fall war er noch eine Zeit lang hier. Ja. Wie ist das denn abgelaufen, dass er euch weggenommen wurde? Wie ist das abgelaufen? Das, ähm. Der Jugendamt hat uns abends eingeladen. Mhm. Am Vortag, wir, äh, sollten am nächsten Tag kommen, abends. Mhm. So. Dann, wir waren total perplex. Die haben uns Blätter hingeschoben. Das müssen unterschreiben, das müssen unterschreiben, das und das und das. Unterschreiben, unterschrieben habe ich einen anderen Tag. Ja. Wir haben quasi alles unterschrieben, also sie, ne? Ich hab das aber einen anderen Tag, weil... Warum habt ihr, warum habt ihr das denn gemacht? Aus Angst. Angst wovor? Weil... Ich wusste nicht, was ich mache. Auf jeden Fall war der Jugend von heute auf morgen, war der nicht mehr da. Ja, wenn ihr, wenn ihr alles unterschreibt, könnt ihr natürlich auch alles machen, ne? Das ist euch in dem Moment nicht bewusst gewesen. Ja. Ja. Hast du das überhaupt gelesen, was du unterschrieben hast? Nein. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Äh, dann ist es natürlich auch letzten Endes für die Anwälte schwer, euch da wieder herauszuhelfen. Ähm, das soll aber auch den Zuschauern eine Lehre sein, ja? Die, das sind immer Überraschungsangriffe, da kommt der Staat, ähm, in Form von Polizei oder Staatsanwaltschaften oder Jugendamt, äh, Leuten, die sind es immer als erstes, ja? Und sie unterschreiben das jetzt mal hier und dann machen die meisten. Und dann unterschreiben sie, dass sie auf das Sorgerecht verzichten, auf das Aufenthaltsbestimmungsrecht, dass sie damit einverstanden sind, dass das Kind ins Heim kommt. Und dann ist es gelaufen, ja? Und jeder Richter, jeder Familienrichter sagt, naja, ja, ihr habt das doch unterschrieben. Ja. Ihr steht doch, dass ihr einverstanden habt. Ja, sie sollen sich jetzt noch unterschreiben, dass er in der anderen Einrichtung ist. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Deswegen sollen, wollen die mir jetzt das Sorgerecht wegnehmen. Aber wir gehen... Ja, das ist, das ist alles, das ist eine Drohgebärde. Ja, wenn sie das nicht unterschreiben... Das Sorgerecht hat sie ja noch. Wie wollen wir das wegnehmen jetzt? Ja, dann, das kann aber wiederum nur das Familiengericht. Ja. Das kann nicht das Jugendamt machen. Die wollen das zwar, aber das muss vor Gericht verhandelt werden. Ja, wir haben ja jetzt um 19. Ja. Da habt ihr eine Verhandlung beim Familiengericht. Ja. Nachdem der Junge also schon drei Jahre weg ist. Drei Jahre, richtig? Ja. Gut. Äh, um nochmal in der Reihenfolge zu bleiben. Äh, wie ist die Herausnahme abgelaufen? Wie ging das? Ja, dass er einfach nicht mehr wieder zurückgekommen ist. Also der war ja... Die haben ihn von, von, von dem Hort aus mitgenommen? Direkt im Heim dann, ja. Also der ist gar nicht mehr hier hingekommen. Ja. Ja. Und wie wurde das erklärt? Wie wurde das euch mitgeteilt? Ja, durch diesen Gespräch. Die haben uns so dermaast eingeredet, dass ich dann ja gesagt habe. Ich wusste gar nicht... Moment, um zu welches Gespräch. Du hast doch gesagt, du, du solltest irgendwas unterschreiben, ja. Hast du aber sofort nicht gemacht, sondern einen Tag später. Ja, die hatten ja ein... Und dann war das Kind weg. Wann danach war das Kind weg? War das dann gleiche Zeit? Am selben Tag? Am selben Tag. Am selben Tag. Der war ja in der AWO und der ist ja gar nicht mehr wieder nach Hause gekommen. Am selben Tag. Ja. Okay. Okay. Das heißt, du hast wahrscheinlich Zustimmung unterschrieben, vermute ich, dass er fremd untergebracht wird. Vermute ich. Stimmt das? Habt ihr denn Kopien von dem, was ihr da unterschrieben habt? Aber die sind der Herr war gar nicht. Ihr wisst also gar nicht, was ihr unterschrieben habt? Das heißt, das Jugendamt, wenn jetzt der Gerichtstermin ist, kommt mit diesen ganzen Sachen. Ihr wisst gar nicht, was ihr unterschrieben habt. Sie müssten euch davon aber eigentlich Kopien geben. Ja. Das wird dann natürlich dem Familiengericht präsentiert. Die haben dieses und jenes unterschrieben. Ihr könnt euch ja so noch nicht mal auf die Verhandlung vorbereiten, weil ihr wisst gar nicht, was haben die anderen eigentlich in der Hand. Ja. Ich sage das hier in dieser Deutlichkeit, damit die Zuschauer merken, worauf sie achten müssen. Das ist wichtig. Habt ihr einen Anwalt, der euch da vertritt? Ja. Ja. Und hat dieser Anwalt sich mal darum bemüht, herauszufinden, was du da eigentlich unterschrieben hast? Ja, dann macht er alles. Ja, Moment, das muss er aber mit euch besprechen. Nicht, dann macht er alles und ihr wisst gar nicht, was los ist? Also jetzt haben wir mal kurz geklärt. Das haben die Zuschauer nicht gesehen. Wir wissen jetzt, welcher Anwalt das ist. Der ist okay. Ja. Das war mir vor dem Gespräch nicht bekannt, aber jetzt weiß ich das. Und da seid ihr in guten Händen. Aber grundsätzlich gilt, nicht alle Leute haben gute Anwälte. Oder auf jeden Fall jeder, der zum Anwalt geht, der sollte auch haargenau wissen, was läuft überhaupt? Was macht der Anwalt? Die Schriftsätze müsst ihr auch kriegen. Okay. Die habe ich. Das ist gut. Aber die Mutter sollte auch Bescheid wissen. Ja. Ja. So. Theata? Man soll betonen, dass das nicht ein Anwalt ist, der hier ortsansässig ist. Ja. Das ist wichtig. Ja. Das ist ein Fremd, ein Anwalt, was etwas weiter weg von ihr ist. Weil da kann man dann davon ausgehen, er wird auch nicht von den Behörden bestochen oder von der ebenfalls ortsansässigen Justiz unter Druck gesetzt. Ja. Die können den Anwälten mächtige Probleme machen, wenn die gegen die Behörden vorgehen. Ja. Das ist in einem der letzten Beiträge auch deutlich gesagt worden. Die Richter haben einen Ermessensspielraum und können, ohne dass man ihnen hinterher etwas vorwerfen kann, dafür sorgen, dass der Anwalt jeden Prozess verliert, wenn er nicht so macht, wie die Leute das wollen. Und deswegen immer Anwälte nehmen, die von woanders herkommen. Das ist wichtig. Ja. Ähm. So. Jetzt geht gerade ein Telefon. Ach, das war nur eine WhatsApp. Also. Okay. Ähm. Okay. Also, der Junge ist jetzt seit drei Jahren weg. Ja. Ähm. Nachdem der herausgenommen wurde, wie lange hat es gedauert, bis ihr den überhaupt wiedergesehen habt? Zwei Wochen. Ja, er ja gar nicht. Ich war nicht mehr. Ich, äh. Das wurde verboten. Ja. Ja. Von wem? Vom Jugendamt. Von den Herren gewissen G. Aha. Es durfte also noch nicht mal einen Besuchskontakt geben, auch keinen Bewachten. Ja. Ich darf nicht telefonieren, gar nichts. Ja. Ich darf den noch niemals gesteckt schicken. Ja. Es könnte nämlich dazu führen, dass der Junge irgendwann sagt, der ist gar nicht so schlimm und das hat er nur einmal gemacht und ich freue mich, wenn der kommt und so. Das würde nicht ins Konzept passen. Deswegen machen sie das so, ne? Ja. Die haben sogar in der Klippe, wo er vorher war, in den anderen Kinderheimen, haben sie Rollenspiele gemacht und da ist aber sogar rausgekommen, dass der Kalle für ihn eine Vertrauensperson ist. Ja. Und das wurde alles hinterher unterm Tisch gekehrt. Ja. Ich hätte eine Frage dazu. Hattet ihr damals einen Anwalt zu dem Zeitpunkt? Ja, wir hatten erst die... Achso, gut. Entschuldigung. Also da frage ich mich natürlich, wenn einer beschuldigt wird, du, dann muss der Anwalt dich beraten und sagen, jetzt stell mal gegen dich Strafanzeige, ja, Selbstanzeige. Damit das Ganze aufgeklärt wird. Damit das aufgeklärt wird. Ja, da soll ich was zu sagen. Also der Herr K. hat mir gesagt, Jugendamt hätte gegen mich Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft hat das abgelehnt. Aber sofort. Dann muss das aber schriftlich... Habe ich leider nicht. Habe ich gar nichts. Ja, das ist die Frage. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Gut, dann muss aber der Anwalt sich dann kümmern, Akteneinsicht nehmen, ja, um mal zu sehen, wie... was haben die überhaupt gegen euch in der Hand? Ja. Also sie haben gelogen. Ich werde auf jeden Fall noch gegen den Herrn G. vom Jugendamt Klage einreichen. Gut, jetzt hast du es hier sozusagen öffentlich gesagt. Wir hoffen natürlich, dass du es auch wirklich machst. Das mache ich. Ja. Gut. Sehr gut. Also in solcher Situation für die Zuschauer am besten, ich frage mich, warum das Kind erst nicht untersucht wurde, ja. Das musste man sofort machen und abfotografieren. Zur eigenen Sicherheit vor allem, ja. Und zweitens Strafanzeige gegen sie selbst und damit die gezwungen werden überhaupt zu ermitteln. Sonst... Selbstanzeige. Ja. Wenn das Kind wirklich zu Schaden gekommen wäre, hätte das Jugendamt längst eine Strafanzeige gestellt. Jetzt nochmal kurz eine Frage an die Mutter. Du hast also Kontakt mit deinem Sohn hin und wieder, begleiteten Umgang. Ja. Das war, ich hatte ja vorher auch einmal im Wechsel war das, dass ich, wie soll ich sagen, einmal war das anderthalb Stunden begleitet in der Klippe und dann eine Woche Pause und dann durfte ich den von 10 bis 17 Uhr holen. Ja. Aber nicht nach Hause, sondern irgendwo in der Stadt oder so was essen mit dem Gehen. Und einmal habe ich dann irgendwie gedacht, ach ne, man hat eine Schokolade vom Kalle und so. Hat er sich so drüber gefreut und dann sagte er so, Mama soll mal den Kalle eine Karte schreiben. Und dann haben wir die... Ich dachte, ja, warum nicht? Ich habe mir dabei nichts gedacht, ne. Haben wir zusammen eine Karte ausgesucht, zusammen geschrieben und alles. Und dann hinterher, wo ich den dann wieder zurückgebracht hatte, fand die das auch noch so toll und sagte, ach, da wird der Kalle sich ja drüber freuen. Der hat der Mirko da Freude strahlen dahin und der Mirko, ach der, ja das ist ja schön. Und dann wird der Kalle sich ja freuen und alles. Und irgendwie zwei, drei Tage später kriege ich einen Anruf. Ja, ähm, sie dürfen den Mirko jetzt nicht mehr sehen, ähm, der Besuchskontakt fällt aus wegen dem Kalle und so weiter. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Nein. Ja, also... Weil der Mirko mir die Karte geschrieben hat. Ja. Ja, ja. Der Junge hat gezeigt, dass er gar keine Angst vor dir hat, Kalle, sondern dass er dich gerne hat. Ja, ja. Und das passt den Leuten nicht ins Konzept. Sie wollen dich ja dämonisieren. Sie wollen dich als unheimlich darstellen. Und dann hatten wir ein Gespräch. Und es passt ihnen nicht, wenn der Junge sagt, dass er dich eigentlich gerne hat, weil sie möchten dich jetzt gerne als gewalttätig darstellen. Ja. Dann hatten wir ein Gespr... Also nicht wir, sondern ich hatte irgendwann ein Gespräch im Jugendamt. Ähm, und, ähm, dann, ähm, wurde dann erzählt, Mirko würde wieder... Mirko würde einnässen, Mirko würde, ähm, wie heißt es, hätte Albträume, er würde quer im Bett sitzen, und so weiter. Und die Jugendamt, wo die Klippe auch dabei war natürlich. Und, ähm, alles mögliche wurde erzählt. Dann hab ich den heimlich so gefragt, Mirko, nimmst du wieder ein, hast du wieder Albträume, und, und, und. Und dann sagte er mir, aber du schon lange nicht mehr, Mann ey, ich hab doch schon nirgends nicht mehr... Ja. Und dann wusste ich sofort, dass das alles gelogen war. Ich hab den Mirko heimlich gefragt, und dann wusste ich sofort, das war alles gelogen, das stimmt alles nicht. Und dann hat Mirko mir auch gesagt, Mama, die reden mir hier alles ein, alles wird mir eingeredet, ja. Mhm. Das, ähm, ja auch. Und jetzt, ähm... Aber jetzt wisst ihr auch, warum sie diese Kontakte verhindern. Mhm. Weil sie Angst davor haben, der Junge erzählt das, und die Wahrheit soll nicht rauskommen. Das Jugendamt ist eine kriminelle Vereinigung. Ja. Da wird gelogen und betrogen, äh, dass sich die Balken biegen. In vielen Fällen macht die Justiz diese Scheiße mit. Oh ja. Und, äh, äh, das wird sehr interessant sein, wie, äh, der Termin am 19. verläuft, wie der Richter sich verhält. Das werden wir auch berichten, ja. Ähm, sehr gut, dass du die Wahrheit kennst, ja, dass der Junge mit dir gesprochen hat und noch eine Chance hatte, das zu sagen. Sie werden das Kind unter Druck setzen, dass es so, so etwas nie wiederholt, ja. Ähm, ähm, Kinder zur Unwahrheit zu zwingen, führt natürlich auch zu psychischen Problemen. Äh, äh, die müssen dann wiederum durch Therapeuten behandelt werden und das bringt extra Geld, ja. Das, äh, äh, diese Ungeheuerlichkeiten zahlen sich also doppelt aus. Äh, äh, das, äh, das Kind, äh, wird, äh, von euch entfremdet und gleichzeitig muss man es therapieren. Dafür wird das gemacht, ja. Ich habe noch eine Frage. Äh, äh, wie wurde das offiziell begründet? Ich habe jetzt so verstanden, dass Mirko dann von zu Hause in Heim gebracht wurde oder in mehreren Heimen, weiß ich nicht. Wie wurde das offiziell begründet? Warum muss der Mirko nicht bei meiner Mutter leben, sondern er muss in Heim? Wie wurde das verstanden? Zu welchem Team? Was war das Team? Wegen meiner Wohnung, dann wegen ihm und so. Er ist gefährdet. Äh, ähm. Ja, wegen... Ja, was ist denn hier mit der Wohnung nicht in Ordnung? Das verstehe ich auch nicht. Meine Wohnung wäre vermüllt und... Nur weil es äh Katzen hat, ne? Er hat ja schon mal Katzen, äh, Streuder irgendwie rum... Aber die Kinder, die mögern Tiere. Ja. Er hat auch gefragt am Telefon. Ich hab im Moment nur Telefonkontakt, weil ich kann einfach mit dieser Frau, ähm, Ähm, vom Jugendamt... Ich habe das auch gesagt, ich kann mit der Frau nicht. Das habe ich auch bei der Verfahrensführerin gesagt. Ich kann mit der Frau nicht. Die hat, ähm, bei einem Gerichtstermin, da fing sie an, ach soll ich auf Mirko warten? Ich habe gedacht, was soll das? Es ist doch mein Kind. Wieso will die auf mein Kind warten? Und dann fing es an, ach wie süß und er will das doch nicht. Ich habe gedacht, was soll denn das? Was will er nicht? Irgendwas hat der Mirko da erzählt. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich kann dir sagen, warum sie auf das Kind unbedingt warten will. Das Kind soll sie sehen und soll sie spüren, dass falls er was Falsches sagt, vor Gericht, damit er da verangst hat, dann hat sie das gesehen, gehört und danach gibt es Konsequenzen. Also dem Jungen wird vorher genau, das wird mit dem eingeübt, was er vor Gericht sagen darf. Und er wird auch richtig unter Druck gesetzt und diese Leute erscheinen dann auch vor Gericht. Du darfst den wahrscheinlich gar nicht sehen, ihr beide nicht, denn da würde er sich ja freuen und würde sich wohlfühlen oder bekäme überhaupt einen Gefühlsausbruch. Er sieht nur diese Leute, die für ihn gefährlich werden können. Und dann sagt er das, was das Jugendamt hören will und wahrscheinlich auch der Familienrichter. Nämlich, ich möchte nicht mehr zurück zu meinen Eltern, die sind nicht gut für mich. Das habe ich befürchtet, dass das nämlich davon kommt, dass ihm alles nur eingeredet wird, was er sagen soll. Nicht nur eingeredet, er wird gezwungen, die Unwahrheit zu sagen. Wir kennen Fälle, wo die Kinder gezwungen wurden, wahrheitswidrig zu behaupten, dass die eigenen Eltern sie sexuell belästigt haben. Das haben die uns erzählt. So etwas machen die. Das Jugendamt, ich betone das nochmal, ist eine kriminelle Vereinigung. Die bringen den ganzen Staatsapparat in Verruf und kein deutscher Politiker macht was dagegen. Das ist eine unglaublich mächtige Mafia. Viele Eltern sagen ja auch, wie das Jugendamt Wolz macht eh so einen schlechten Ruf. Die haben alle einen schlechten Ruf mittlerweile. Ich frage mich manchmal, wie solche Leute wirklich noch irgendwie ruhig schlafen können, dass die keine Albträume kriegen oder dass die noch vernünftig essen können. Kann ich die Kinder wegholen? Ich frage mich sowas. Die sind deswegen so ruhig, weil sie genau wissen, dass sie niemals belangt werden. Es gibt keinen Richter, der ernsthaft gegen Jugendamtleute vorgeht. Wenn Journalisten oder meinetwegen auch Detektive Jugendamtleuten etwas nachweisen können, dann kann es gefährlich werden. Aber du findest keinen Staatsanwalt, der gegen Jugendamtleute ermittelt. Du findest keinen Richter, der das macht. Du findest auch keinen Richter, der gegen seinen Richterkollegen vorgeht wegen Rechtsbeugung. Das gibt es in diesem Land nicht. Das ist kein Rechtsstaat, in dem wir hier leben. Wir müssen uns selbst helfen. Ich habe noch was. Zurück zu der Geschichte. Also wenn man das Kind rausnimmt aus der Familie, ist die Behörde, in dem Fall das Jugendamt, verpflichtet, nach dem Sozialgesetzbuch die Bedingungen zu schaffen, dass das Kind wieder zurück in die Familie kann. Das heißt? Das ist der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber verpflichtet Jugendamt dazu. Das hat er nicht gemacht. Genau, meine Frage ist, was hat das Jugendamt unternommen, dass das Kind zurück zu dir kommen kann? Gar nichts. Hattest du HPG gehabt? Ja, HPG habe ich öfter. Ja, das ja. Was wurde da besprochen? Ja, immer auch so viel mit den Auffälligkeiten. Der braucht viel, ähm, ähm, einen festen Halt und, äh, er braucht, ähm, man müsste da, ähm, wie soll ich das erklären jetzt? Wenn da zum Beispiel irgendwas nicht so ist, ähm, wie es sein soll, ähm, nicht so, also er müsste schon immer das so, äh, fest haben, wie, wie das ist. Also den Halt hätte er von mir auch bekommen, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen, er war in der Familie, er hat, du hast es, eine Wohnung, er war an der Schule, er war angebunden an dieses soziales Umfeld, er hatte, äh, so einen Papa-Ersatz. Ja, aber die Jugendamt-Leute verstehen unter festem Halt etwas anderes, nämlich eine feste Hand, eine Bedrohung, ja. Ja, die Kinder werden eingeschüchtert, das hören wir auch immer wieder von betroffenen Kindern. Liebe gibt es da nicht, das sind nicht die eigenen Eltern, das sind nicht die natürlichen Bezugspersonen, äh, die Heime sind Verwahranstalten und sie wollen, äh, die Kinder pflegeleicht machen. Das heißt, die werden eingeschüchtert und, äh, viele werden auch so negativ beeinflusst, dass sie, wenn sie jahrelang da sind, von ihren Eltern nichts mehr wissen wollen. Denn wenn man einem Kind jahrelang immer einredet, deine Eltern sind nicht gut für dich, deine Eltern sind kriminell oder geisteskrank, irgendwann glaubt das Kind das. Das wirkt zur Realität. Man muss es nur lange genug den Kindern immer wieder vorbeten und, äh, wenn die dann irgendwann mal da rauskommen, wollen die nicht mehr nach Hause, weil sie Angst haben. Ja, das heißt, ähm, gut, da wurde nichts gemacht, aber du hast erzählt, da wurde erzählt, äh, ihm geht, äh, der hat, äh, der lässt ein und, äh, der hat irgendwelche Albträume. Meine Frage, wurde eine Diagnostik durchgeführt und meine zweite Frage, hast du die Ergebnisse? Ja, also, der war in dieser, äh, Klinik, war der, wie hieß die Klinik? LVR. Ja, ähm, LVR-Klinik, da war der. Ja gut, da sind die Geldgeber für das Jugendamt, LVR. Äh, weswegen war er da? Ja, die wollten doch mal alles, ähm, so gucken, wegen seiner Auslösung. Und, was ist dabei rausgekommen? Oh, ich hab jetzt gar nicht diese... Die meisten berichten hier, wie ich auf meinem PC... Also, die gibt das. Ja, aber wir haben ja hier kein... Ja, äh, was wurde dann... Ach, die machen das extra, dass der in so eine Klinik kommt? Äh, wenn man, wenn ein Kind sehr lange im Heim ist, dann ist es meiner Meinung nach natürlich, dass der auffällig wird, ja, weil, äh, im Heim, das sagen alle möglichen Untersuchungen... Die Kinder wollen nach Hause, ja. Ja, ja, und dann geht's wirklich schlecht im Heim, ja, und die bekommen wirklich Auffälligkeiten erst im Heim, ja. Äh, sie werden aber auch so, diese Auffälligkeiten sind erwünscht, ja. Sie wollen, dass die Kinder auffällig sind, damit man den Eltern etwas anhängen kann und damit man gleichzeitig die Kinder therapieren kann, weil das extra Geld bringt. Ja, klar. Ja, und das ist einfach zu bewerkstelligen. Du reißt ein Kind raus aus seiner gewohnten Umgebung, bedrohst das Kind, das Kind darf nicht mehr die Wahrheit sagen. Es wird dem Kind erzählt, deine Eltern sind schlecht, die Eltern, die es vorher für gut gehalten hat. Und, äh, dann gibt es nur begleiteten Umgang, da wird auch wieder eine Atmosphäre erzeugt, die für das Kind unerträglich ist. Es ist immer ein Fremder dabei, ein Aufpasser. Und das Kind muss aber hinterher bei dem Fremden bleiben und nicht bei den eigenen Eltern. Unter solchen perversen Lebensumständen werden Kinder auffällig und entwickeln Symptome. Und die kann man dann kostenintensiv über Jahre therapieren, ja. Ähm, man weiß ganz genau, was mit den Kindern geschieht, ja. Sie kommen in Situationen, äh, die unnatürlich sind, die ihnen Angst machen und dann werden sie auffällig. Äh, und das alles wird den Eltern in die Schuhe geschoben. Äh, wenn es so eine Diagnostik gab, dann muss es doch einen Plan geben, äh, was zu tun ist, äh, dass das Kind aus dieser schlechten Lage rauskommt. Gibt es sowas? Ne, da haben wir vom Juden noch, äh, nie was gehört. Mhm, das heißt, die haben für teures Geld Diagnostik gemacht, die haben für teures Geld wahrscheinlich Heimunterbringung gemacht. Wisst ihr, was das kostet? Ja, weiß ich. Ja, können wir das erfahren? Das heißt? 6.000 Euro im Monat. Ja, also, das ist doch ein tolles Einkommen, ja. Äh, äh, versetzt euch mal in, in diese Leute, die ohnehin kein Gewissen haben. Sowas gehen die doch nicht mehr aus der Hand. Doch. Ist doch so ein klar. Ja. Und es gibt niemanden, der diese Behörde kontrolliert. Die können machen, was sie wollen. Und sie machen auch, was sie wollen. Ja. Ich frage mich manchmal, wieso es solche schlechten Menschen gibt. Solche schlechten Menschen, dass die kein Gewissen haben. Das verstehe ich wirklich nicht. Also, so schlecht. Also, einen gewissen Prozentsatz von Kriminellen und Psychopathen gibt es in jeder Gesellschaft. Die Frage ist immer, wo rennen diese Leute hin? An die Hebel der Macht. Und wenn es eine Chance gibt, Macht auszuüben, ohne kontrolliert zu werden, dann könnt ihr euch vorstellen, wer, wer da den größten Appetit drauf hat. Welche Sorte von Leuten. Und mit denen haben wir es hier zu tun. Warum habt ihr eine Gerichtsverhandlung? Ja, das Jugendamt will mir das Sorgerecht wegnehmen. Und warum? Weil ich da jetzt nicht unterschrieben habe. Was hast du nicht unterschrieben? In der Einrichtung. Ich wollte den besuchen gehen. Und kurz vorher kriege ich einen Anruf, dass der Mirko gar nicht mehr da ist. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Dann war er schon in der anderen Einrichtung. Ja. Und dann habe ich den ja gesehen, da hatte der die Herzuntersuchung. Das war im November. Da habe ich den letztes Mal gesehen. Da hatte der seine Herzuntersuchung. Da sollte ich unterschreiben, dass er da bleiben kann. Du hast Sorgerecht immer noch. Und da fing der Mirko sofort an, bevor die mir überhaupt was geben konnten. Mama, unterschreibe ja nichts. Das ist ja wie eine Irenanstalt. Die beschmeißen mich da, die bewerfen mich da. Ich kriege nachts keine Ruhe, gar nichts. Mama, unterschreibe ja nichts, sagt er. Das ist furchtbar, sagt er. So werden die Kinder krank gemacht. Gut, dass ihr das gehört habt. Aber das ist auch genau das, weswegen sie den Umgang verändern wollen. Weil diese ganze Scheiße rauskommt. Der Tollis, das war ungefähr vor einem Jahr, der AG vom Jugendamt, ihr schon mal gedroht, ihr das Sorgerecht wegzunehmen, wenn sie das nicht unterschreiben oder, ne, weiß man das? Ja, das ist die übliche Vorgehensweise. Da muss ich euch sagen, also das Kind ist seit drei Jahren weg, ja. Also lasst euch überhaupt damit nicht beeindrucken, weil das Kind ist unter Betreuung fremder Personen, nicht der Mutter. Das heißt, die Mutter hat keinen Einfluss auf die Erziehung, auf die Versorgung und sonst das des Kindes. Das heißt, es gibt überhaupt kein Grund. Nein, diese Probleme. Es gibt kein Grund, Mutter das Sorgerecht wegzunehmen, weil sie damit das Kind nicht direkt zu tun hat. Nein, das ist nur, weil es dann rechtlich bequemer wird, ja. Solange du das Aufenthaltbestimmungsrecht hast, wenn du den Jungen irgendwo rumlaufen siehst, kannst du den sofort mitnehmen und mit ihm verschwinden. Du hast ja das Aufenthaltbestimmungsrecht. Da kommt die Polizei. Das besagt, im Moment, da muss erstmal ein Haftbefehl oder sonst was ausgestellt werden. Nein. Die Polizei kann nicht kommen, nur weil du das Aufenthaltbestimmungsrecht ausübst. Ja, wenn in dem Moment, wo dir das weggenommen wird durch die Justiz, da kannst du nichts mehr machen. Aber solange du noch alle Rechte hast, kannst du mit dem Kind umziehen. Ja, mit Herrn Kaku bin ich hingefahren. Wir wollten den Mirko rausholen, aus dem Heim. Ja, in Köln. Nein, nicht ihn, da war der noch hier. Ach, in Wörst, ja. Da war der noch in Wörst. Das heißt, du hast praktisch, diese Gerichtsverhandlung ist nur deswegen, weil das Kind war in einem Heim und die haben das Kind heimlich verlegt in das andere Heim, obwohl du Sorgerecht hast, ohne dein Wissen sozusagen. Und dann müssen sie die Genehmigung noch einholen. Genau. Und wenn man dir das weggenommen hat, diese Rechte, dann brauchen sie dich nicht mehr zu fragen. Sie brauchen dann deine Unterschrift nicht mehr. Ja, die hatten wohl das gesagt wohl und dann habe ich sofort, wo ich das wusste, sofort meinen Anwalt informiert. Der hat da Widerspruch eingelegt und hinterher, wo ich dahin gefahren bin, war der gar nicht mehr da. Das kann der nicht sein. Also zur Erklärung, Herr K., ihr habt euch an die Sozialassistent gewandt. Ja. Und Herr K., das ist auch dieser Sozial, ein Mitarbeiter. Ja. Und die Sozialassistenz wollte euch helfen, so wie ihr sich gehört. Ja. Ja. Und einer ist mit dir hingefahren und hat gefordert, Herausgabe des Kindes, aber hat nicht geklappt. Nee, weil die haben dann sofort das Jugendamt angelufen und der hatte gesagt, der hat sich wohl mit denen so angelegt auch. Und dann hat er gesagt, wo ich ja nur begleitete Besuchskontakte hätte, ging das gar nicht. Die soziale Assistenz hat aber... Jetzt sind die aber aufgestachelt, ja. Also jetzt wird da richtig Rabatz gemacht. Jetzt werden sie aus allen Kanonen schießen. Wann nicht? Ja, wenn ihr schon da gewesen seid und gesagt habt, hier, wir haben Aufenthaltsbestimmungsrecht und wollen das Kind zurück. Jetzt wissen sie nämlich, sie müssten es euch eigentlich geben. Jetzt brauchen sie die Justiz. Und jetzt schlägt eigentlich die Stunde der Rechtsbeugung. Und wir werden sehen, was also am 19. passiert. Ja, gibt es einen Richter, dem das Gesetz noch etwas bedeutet oder nicht? Der Vater ist ja auch da. Ich weiß gar nicht, der hat auch eine Einladung. Also der Vater, der wird gerne genommen, wenn man ihn oft nutzen oder manipulieren kann. Ja, genau. Hat der denn noch Sorge recht? Nee, gar nicht. Hat der nicht? Hat der überhaupt Sorge recht? Nein, nein, nein. Nein, hat er nie gehabt. Vielleicht wird man versuchen, ihm jetzt das Sorgerecht anzudienen, wenn er schön nach der Pfeife tanzt. Aber im Grunde genommen spielt er keine Rolle, juristisch gesehen. Ich habe noch eine interessante Sache. Aber dann möchte ich das nur noch mal klarstellen. Dann machen wir sofort, der Vater des Kindes ist nicht der Kalle. Der kennt den Jungen sehr gut und der Junge mag ihn auch aus jahrelanger gemeinsamen Zusammenlebens. Aber du bist nicht der Vater. Und was ist kurz noch mit dem natürlichen Vater des Jungen? Hat der Kontakt oder wie sieht das aus? Ich glaube, wie alt war der? Wenn es sich bei dem Kindesvater um eine labile Persönlichkeit handelt, wird versuchen, den zu instrumentalisieren. Das heißt, ihn irgendwie nützlich zu machen, für dieses Interesse des Jugendamtes, euch das Kind für immer wegzunehmen. Eigentlich ist der Auftrag des Gesetzgebers an das Jugendamt dafür zu sorgen, dass die Verhältnisse so weit wiederhergestellt werden, dass die Kinder zurückkommen können. Nur hier ist nicht wirklich etwas so schlecht gewesen, dass man die Berechtigung gehabt hätte, das Kind wegzunehmen. Und in Folge dessen, das ist völlig umgekehrt, sie wollen das Kind behalten, obwohl sie eigentlich dafür sorgen müssen, dass es zurückkommt. Deswegen wird man jetzt versuchen, euch zu verteufeln, euch als schlechte Eltern darzustellen, als eine Gefahr für das Kind. Die wirkliche Gefahr ist aber der Staat in Form des Jugendamtes durch völlig verantwortungslose Mitarbeiter, die einem hohen Verdacht unterliegen, hier in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Diese Behörde wird nicht kontrolliert. Das heißt, auch eine mögliche Korruption wird nicht kontrolliert. Es wurde eben gesagt, 6.000 Euro bringt das Kind monatlich. Wir können uns vorstellen, dass es nicht 6.000 Euro kostet, ein Kind unterzubringen, denn so viel Geld hattet ihr ja auch nicht für das Kind. Das hat kaum eine Familie. Die Frage ist jetzt, was passiert mit dem ganzen Überschuss? Der Verdacht besteht, dass der Überschuss zum Teil in die Taschen der Jugendamtmitarbeiter fließt und in die Taschen der Heimbetreiber. Das ist der Verdacht und der ist noch nie aus der Welt geschafft worden. Und er wird nicht untersucht. Die Korruption wird nicht untersucht, kontrolliert. Ich hatte noch ein wichtiges Dokument in der Hand. Und zwar die Sozialassistenz hat eine Diagnostik durchführen lassen durch Herrn Professor M. Ich möchte auf jeden Fall den ersten Satz der Zusammenfassung vorlesen hier. Bei Mirko liegt eine sekundäre Kindeswohlgefährdung durch eine nicht fachgerechte Fremdunterbringung vor. Das Kind ist sofort aus der Fremdunterbringung zu nehmen, da eine erhebliche Gesundheitsgefährdung besteht und das Kind Mirko aufgrund seiner körperlichen Behinderung eine emotionale Anbindung benötigt. So, und warum das Kind sich dort nicht wohlfühlt, das hat er selber schon eindringlich gesagt. Das hast du eben hier wiedergegeben. Der Fall ist brisant, wie viele andere auch. Wir warten mal den Gerichtstermin ab und werden auf jeden Fall euch wieder besuchen und hinterher über das Ergebnis reden und das auch veröffentlichen und auch die Schriftsätze zeigen. Ja, für heute drücken wir euch die Daumen, dass ihr vielleicht doch das, wenn auch unwahrscheinliche Glück habt, an einen verantwortungsvollen Richter zu geraten, der euch das Kind zurückgibt, der urteilt im Sinne der Menschenrechte, im Sinne der Menschlichkeit und im Sinne des Kindes und der Familien. Und wie der Professor hier empfiehlt. Und passend zu den Empfehlungen, die wir gerade gehört haben. Also das bleibt spannend. Wir melden uns wieder. Bis dahin erstmal alles Gute. Ja, danke schön. Wo kann man das jetzt sehen? Das ist also die Silke mit ihrem Sohn Mirko, der eindringlich davon berichtet hat, dass er in der Obhut des Jugendamtes misshandelt wird. Er berichtet von Terror und dass er nie seine Ruhe hat, nicht schlafen kann und das gelogen wird. Wie heißt er mit vollem Namen? Mirko Bönke? Mirko Bönke. Mirko Bönke. Ja, genau. Die besten Freunde. Ja, das sieht man auch. Ja, ne? Ja. Das war ein Garten. Wirklich, ganz tolles Bild. Wirklich, ganz tolles Bild. Vielen Dank.